Ja, hallo zusammen. Heute möchte ich euch ein Spiel vorstellen. Es heißt Klask und ist ein wunderbares Spiel, das man ja mal ganz ohne Computer und ähnlichem spielen kann. Ob ich es nun ein Brettspiel nennen würde, weiß ich nicht, aber es ist ein Aktivitätsspiel und da zeige ich euch jetzt mal, wie es geht. Es ist im Prinzip aufgebaut wie ein Fußballfeld mit einer Mitte und zwei Toren. Die Tore sind hier die beiden Elemente und Kuhlen dort an der Stelle. Wir haben außerdem vier Ecken und drei Kreise in der Mitte. Ja, wir bauen das jetzt einmal gemeinsam auf und dann erkläre ich euch einmal das Spielprinzip. Ja, das Spiel fußt und basiert auf Magnetismus. Das hier ist eure Spielfigur. Die positionieren wir auf dem Spielfeld. Und hier ist ein relativ starker Magnet und den führen wir unterhalb des Brettes entlang und spielen damit unsere Spielfigur. Das ist Kern des Spiels. Darüber hinaus haben wir hier hinten eine Anzeige für die Punkte. Das machen wir entsprechend hier mit, mit den beiden Spielsteinchen hier in der blauen Ecke und die können wir dann entsprechend je nach Spielstand ein weiterziehen auf die entsprechende Spielseite, wer einen Punkt gemacht hat. Kern des Spiels ist ein Ball, den wir versuchen in das gegnerische Tor zu bekommen. Und wir haben natürlich auf jeder Seite eine Spielfigur. Sonst macht es ja keinen Sinn. Wir wollen gegeneinander spielen. Darüber hinaus haben wir noch drei solcher Spielsteine, die ebenso magnetisch sind. Und damit ist das Spiel erfolgreich aufgebaut. Wie ist nun das Spielprinzip? Ihr spielt gegeneinander und versucht hier die gelbe-orange Kugel in das Tor des Gegenspielers zu bekommen. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr einen Punkt. Dann dürft ihr euch einen Punkt geben. Wer zuerst sechs Punkte hat, hat das Spiel gewonnen. Genau. Es gibt aber noch weitere Regeln, wann es zu einem Punkt kommt für den Gegner. Beispielsweise bekommt der Gegner einen Punkt, wenn ihr mit eurer Spielfigur das Tor betretet. Dann bekommt der einen Punkt. Außerdem bekommt der Gegner einen Punkt, wenn ihr die Kontrolle über eure Spielfigur verliert. Weil ihr zu schnell, zu hastig, zu kräftig damit spielt, kann es passieren, dass sie hier ihre Verbindung verlieren. Oder mitunter kann der Spielstein auch auf die andere Spielfeldhälfte rüberwandern. Und ihr könnt es dann nicht mehr erreichen, weil das Spielfeld ist auf der Unterseite getrennt. Ihr könnt euch mit euren Händen also nicht in die Quere kommen. Ja, wann gibt es noch einen Punkt für den Gegner? Und zwar dann, wenn ihr zwei dieser Steine an eurer Spielfigur kleben habt. An der Stelle jetzt. In dem Fall ist es so, dass auch der Gegner einen Punkt bekommt. Die Figuren hier wieder von unten getrennt werden. Und dann geht eine neue Runde los. Es ist in der Analogie zum Fußball also ein neuer Anschluss. Und ansonsten könnt ihr hier tatsächlich eure Figuren so hin und her bewegen. Wie von Geisterhand ein Stück weit. Und dann euch an diesem Spiel austoben. Es ist eine tolle Spielidee und sorgt für kurzweilige Stunden am Essenstisch oder wie gesagt hier auch auf dem Boden. Auf dem Boden ist es vielleicht nicht ganz so praktisch, weil man natürlich hier untergreifen muss. Ansonsten aber viel Spaß mit diesem Actionspiel aus Holz.